Schnell, alle ready. Alle ready machen hier. Alle ready. Moment, erzählst du sofort davon, der Geschichte. Der Killer ist afghan. Oh, wird geile Runde. Ja, die Zeit läuft hier ab. Oh, schade. So, jetzt im Schnelldurchgang. Ja, da sagt der Prinz, nee, 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 nehme ich nicht an, ja. Und weist sie ab. Die Frau sagt, das ist eine besondere Rose. Geh nicht nur nach dem Äußeren, ja. Es ist ein Lobobkiller. So. Okay. Weist er sie nochmal ab. Und dann verwandelt sich die Hexe oder die hässliche Frau in eine wunderschöne Zauberin und sagt, weil du so scheiße zu mir warst, verwandle ich dich in einen Biest. Nimm diese Rose, wenn du bis zum Verblühen dieser Rose am Ende deines 21. Lebensjahres keine Liebe gefunden hast, die dich liebt und die, äh, die dich so liebt, wie du bist, ja, und die du liebst, kackst du ab und bist für immer ein Monster. Das ist die Geschichte von Schönen und Biest. Bitteschön. Yay. Pui. Alles verzaubert und schöner Gesang und so. Ah, wie schön. Ja, warum hat die das Schloss kein Personal? Das wurde auch verzaubert. Weil die auch scheiße zur Hexe waren? Ach, weil das Samte Schloss verzaubert wurde. Guck den Film. Oder lass uns bleiben. So, ich dachte, der ist ja weggegangen oder so. Nee, der war dann noch mit Leidem Schloss. Das hast du ja nicht erzählt. Ja, pst, jetzt Leute. Konzentrationes, bitte. Endlich mal ein Match gefunden und jetzt seid ihr wieder am Rumschnacken hier. Es ist der Trapper. Es ist der Trapper. Der Trapper. Und nicht das Biest. Ja, das ist das Biest. Der Trapper und das Biest. Oh mein Gott, ich hab mal... Der ist hier irgendwo. Ach, da vorne kommt der. Kali jetzt, äh, nicht... ...Kockglocken hier. Mein Fernseher geht nicht los. Aber er ist jetzt echt runtergesprungen. Oh, sie sind runtergefallen. Bin ich runtergesprungen. Wo kann man denn hier runterfallen? Wir sind im Haus. Das ist doch nur eine Ebene. Nein, wir waren im Haus. Das sind mehrere Ebenen. Oh. Und jetzt kommst du. Ich hab einen Medi... Ich hab einen Medi-Kid. Er kommt zu mir. Ich geh mal in den Keller, wenn er da... Er ist nicht hier. Scheiße. Nö, nö, er hängt beim... Er ist beim Haus rumgelaufen. Ich lock ihn in die Holzhütte. Mach den Generator weiter. Er ist in die große Holzhütte. Nicht... Da, 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 da. So, ein Generator. Fertig. Du lockst ihn zu mir. Seh ich nicht. Jetzt, okay. Jetzt lock ihn wieder in die Holzhütte. Ja. Jetzt muss er ein Brettchen bretten. Jetzt lock ich ihn durch den Schrottplatz. Hier zum großen Haus hin. In die andere Richtung. Er sieht mich, glaub ich, doch. Jetzt sieht er mich wieder. Glaub ich. Er mag dich. Nicht so klein, Hütte hier hinten. Hier bin ich gerade noch... Ich bin bei den Schulbussen. Okay. Jetzt lauf ich zum Hügel. Er kommt mir hinterher. Jetzt geh ich zum Haus. Zum welchem Haus? Den großen. Lauf aber außen dran vorbei. Er kommt hinterher, kommt aber ins Haus. Mhm. Er ist aber, glaub ich, noch hinter mir her. Nein, er ist hinter mir her. Nee, er ist hinter mir her. Okay, gut. Nee, er ist hinter mir her. Er ist hinter mir her. Er ist hinter mir her. Ich bin beim Bus. Achso, da ist er schon repariert worden. Okay. Warte, ich komm, ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Ich bin jetzt bei dem Tor. Wir machen einen Generator. Muss mal gucken. Er kommt noch immer hinterher. Ich bin bei der kleinen Hütte, äh, bei der anderen Hütte jetzt, da, wo du grad eben die ganzen Bretter umgeschlossen hast. Äh, da renne ich gerade hin. Muss hier noch, aber gehen wir den hier machen? Komm mit. Naja. Da braucht Bretter. Die hab ich eingefahren. Die wollte ich anfahren. Aufpassen, der kommt von da hinten irgendwo. Ja, ja, wir sehen ihn. Er kommt da nicht durch, oder was? Ah, nee, der läuft zwölf ja auch noch. Ja, der läuft immer noch hinterher. Wir sehen dich. Jetzt renne ich wieder irgendwo anders hin. Ja, läuft da weiter in die Richtung. Ich geh mal in den Keller, ne, nur damit ihr Bescheid wisst. Ja, mach mit, Karri, Karri. Ja, 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 ja. Mal weiter, Sylga. Sylga, du bist gut, weil die so gut Übersicht hat. Oh, wie weit du gucken kannst, ne? Das hab ich keinen Nebel eingepackt, ne? Ja. Er sucht mich. Ich glaub, ich hab ihn abgehängt. Haha. Das ist nicht gut. Euer Problem. Soll ich weiter locken? Ey, da hinten, ich seh den, ich seh den. Wir gehen die Bretter auf. Ja, ich seh ihn. Hast du's auch grad, weil die Wand nicht aufgebaut ist? Ja, ich seh, wie er hin und her rennt. Oh, noch einer. Wo ist er denn? Es war noch im Holzhaus und dann ist er Richtung der Frage, woher hängt er nach uns. Ich werde die Sohne keine Punkte bekommen. Doch, du kriegst Punkte in den Herzen. Ja, Punkte in den Herzen. Oh, scheiße, er hat mich. Oh Gott. Nein, noch nicht. Ja, es hat er nicht. Warte, ich, ich gammel bei dir in der Nähe, damit ich dich runterholen kann. Macht was, macht was, macht was. Das hier ist noch ein Generator, wo er mich genommen hat. Also genommen hat er. Super. Er hat sich genommen. Wo hängt er mich denn? Schön. Er hängt mich jetzt gleich am Tor auf. Herrlich. Aber er läuft weg. Nee. Er macht ne Strap, setzt da. Hat er die schon gesagt? Oh, nee. Bist du denn? Er ist weg, er läuft zu euch, lauft, 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 lauft. Er ist hinter mir her, auch nur einer rein. Na? Also bei mir ist er nicht, ne? Also mich kann jemand drunter hängen. Wo bist du? Irgendwas ist zu dir gerade zurückgerannt. Ist eher das Gehen oder wo? Ja, deswegen. Ich bin neben der kleinen Hütte da. Ich hab dich doch schon. Du läufst mir die ganze Zeit davon. Er steht vor dir, ne? Ja, jetzt ist er hinter dir. Jetzt kommt er, läuft der hinter dir her. Er sieht dich. Lauf nicht zu kleinen Hütte. Da machen wir gerade viele Tatsche. Er hat ne Falle bei dir gesetzt. Nein. Ich seh hier keine. Okay, dann komm ich mal. Oh Gott, Wilker. Jetzt krieg ich hier rum. Ja, ich muss erstmal raus. Ich heil mich. Hey, hau ab. Ich komm gleich wieder. Oh mein Gott, wie nah der euch aufgeholt. Achso, der hat es runtergeholt. Perfekt. Da warst du auch unten. Jetzt macht er ein Brett hier kaputt. Kommt zurück. Ich hab's gar nicht gesehen. Steht vor mir. Ernsthaft, der kämmt jetzt. Er setzt hinter mir am Schrottteil eine Falle. Nicht unter mir. Am Durchgang. Jetzt steht er vor mir. Jetzt geht er nach links. Naja, haut ab. Links ist gut. Ich komm von links. Wer hat sich grad gedugt? Er holt die eigene Falle, ja. Ist er, ist, kommt er wieder? Ja. Ja, er kommt wieder. Er hat ne neue Falle geholt. Er geht aber mir vorbei zum Tor. Geht am Tor weiter. Also, jetzt kommt er wieder zurück. Machen wir noch den Generator. Komm, machen wir noch den Generator. Steht er bei dir? Ja, er ist in der Nähe von mir. Na, ich hab's auch grads Herzchen gehört. Ich darf grad nicht gucken. Auf der anderen Seite hat er jetzt ne Falle zwischen Reifenstapel und Schrottteil gelegt. Huch! Jetzt grad Folge. Lauf, aufpassen, immer. Gras ist ne Falle. Ich bin in ne Falle. Haha. Ich sag, wo bist du? Ich hab's noch selber gesehen. Ja, das heißt, du bist jetzt tot, weil du so lange drauf gewesen bist. Wo bist du denn hier, 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 hier. Bei dem einen Tor. Hier, genau. Bahra, Bahra drehe ich um. Ja, aufpassen, der kommt jetzt gleich hier hin, ne? Das kann ich euch jetzt schon sagen. Ich bin nämlich hier hingelaufen. Hab ich selber nicht an die scheiß Falle gedacht. Ich hab's jetzt noch gesagt, das war aufpassen, Falle. Putsch. Bin ich noch ein Generator? Ja. Ich, äh, da war, da wo es Swigga gehangen ist, da war noch ein Generator. Ja, und dann zwischen den Kanten da. Die wollte ich machen, aber... Ja, dann macht der. ...Nee, jetzt trau ich mir nie mehr. Ich lauf erstmal um den Map rum. Vielleicht find ich ja die Hedge. Also, sie ist noch nicht im Haus gespawnt. Hörst du mir hinterher, oder wo bist du? Den Generator? Ja, wir suchen alle den Generator. Ja, die gibt's nur da vorne direkt, wo der Typ rumgammelt. Und er hortet die jetzt bestimmt. Sind die sehr nah beieinander, die gings? Oh, fuck. Na, dann muss mal jemand chasen. Muss ich jemand... Hast du keinen Springbuch, Cardi? Ähm, jetzt schon, ich find den Typ hier grad nicht. Ich hab ihn. Ach, du hast ihn. Also, Leute, macht was. Macht was draus. Ja, der kommt dir entgegen jetzt, ne? Ich weiß. Gut, ich wollt's nur gesagt haben. Natürlich ist er jetzt hinter mir her, oder? Also, hinter mir ist er nicht mehr her. Hm, er ist hinter dir, ja. Ja, er ist hinter mir her. Lauf weg vom Tor, ich mach Generator fertig. So gut ich kann. Haha, hab ihn gestunnt. Ja, ich muss mich erst mal selbst heilen, ich find das, äh, auf jeden Fall sinnvoller. Kommst du zu dem Generator, von dem wir grad gesprochen haben? Ja, ich muss ja erst mal hinlaufen. Oh fuck, er kommt. Ja, klar kommt er. Also, niemand von euch hat nen Herzschlag grad. Oh, hallo. Was denn? Wir sind, wir sind, wir sitzen hier grad am gleichen Generator. Ja. Hallo, Vara. Frag es, wohin, ne? Scheiße, die Tore sind echt scheiße. Wisst ihr was, Leute, ich opfer mich vielleicht nicht, ich geh mal an das Tor hier. Und wenn er kommt? Du willst doch bloß die Punkte. Scheiße, er ist hinter mir her, er läuft. Er macht das Tor auf, er gesagt. Ja, ich mach doch das Tor auf. Oh Gott, oh Gott. Soll ich das andere aufmachen gehen, oder hat er da was hingelegt? Ja, ich bin weg. Wo hat er dich denn? Ich sehe dich gar nicht. Keine Ahnung, ich weiß auch, ob man das hier ist. Ich sehe dich gar nicht, wo hat er dich denn genutzt? Ich sehe sie auch nicht. Hä? Ist nicht so schlimm, macht das Tor auf und geht auf. Nee, nee, vorm anderen Tor ist sie. Aber wir können dich nicht einfach so gehen lassen. Nein. Er geht jetzt in Richtung von Kali und hier hängt er sie jetzt auf. Ich häng vor dem anderen Tor. Also da, wo wir, das hast du ja aufgemacht. Was ist denn jetzt los? Warum denn? Ich bin direkt in dem, in dem Ding ins Tod halt reingegangen. What? Ja! Habt ihr euch nen Perk oder Opferringen? Ne, Perk hat er da. Du bist doch schon mal gegangen. Hing ich schon mal? Du hast schon mal gegangen, ja. Ja, dann, ja, siehst du, also Leute, lauf. Das ist ja jetzt 10 Meter Radius, weißt du? Hm. Wollt nicht rausgehen eigentlich. Ja, er lauft. Ist ja eigene Dumme halt. Mach Punkte noch voll, starke Punkte, komm. Ja, ja, mach ich ja. Hast du die Hedge gefunden? Ne, ich warte hier am Tor, bis du Blut voll hast. Ach so. Hast du? Okay, gut. Du heiliger Mann, ey. Der war ja selber schuld, ganz einfach. Ja, der hat aber viel gechased am Anfang, ne? Hm. Krass. Was war denn das für ein Ding? Was hat er da bruttales, äh, Ugration? Mehr, äh, Brutalitätspunkte. Und dann hat er noch irgendwas anderes. Barrikaden kann er schneller kaputt hauen. Wow, das ist nämlich mal ein Perk. Nützlich, wenn nur jemanden hinterher. Okay.